Hallo ihr Lieben, was geht ab, seid ganz herzlich willkommen zu dieser Duo Fortnite Runde mit Pfefferkorn. Wir hatten gerade einen richtigen FeelsBad Moment, denn wir haben eine supergeile Runde zusammen gespielt mit 26 Kills. Die Zone war uns im Nacken, übel viel Action, Pfefferkorn stirbt dann noch zum Ende, lässt mich mit den letzten Spielern alleine. Ich hatte richtig Angst des Todes, aber das Game haben wir dann sogar noch gewonnen. Ich mache schon die Abmoderation und stelle fest, dass mein Körper noch zusammen nicht an war. Ich habe noch mehr Schritte gehört, unten. Oder war das dein Schritt? Nein, der. Okay, ich habe noch einen. Gut, der ist auch nicht direkt da unten. Bei meiner nicht, ne? Okay, meiner auch nicht. Da müssen hier noch welche sein. Auf geht's, wir suchen die. Auf jeden Fall, Leute, einmal Daumen nach oben für den Leiden im Moment. Dass das Aufnahmenprogramm gerade nicht an war. Ist die bei den Häusern? Ja, bestimmt. Ja, einer. Ich pushe den mal. Welches Haus, links oder rechts? Rechts. Ich gebe dir Rückendeckung, wenn ich ihn sehe, aber ich sehe ihn nicht. Okay, never mind. Dann nehme ich hier diese wunderschönen kleinen Pilze zu mir. Jeder kleine Pilz bringt fünf Shields. Ich soll es mal nicht unterschätzen. Oh, hier ist einer. Ab ihn. Das war panisch clean. Oh, yeah. Der hat auch schön noch einen Pump. Der, Gott, ich habe jetzt eigentlich alles, was ich brauche. Wollen wir jetzt direkt grisieren? Alright, let's go. Ruhig noch ein paar Materialien. Und hier sind die Mini-Sheddy. Mini-Sheddy's? Ja, und die Farmer, es liegt hier. Hier sind so viele kleine Pilze. Kommt, bis 25 kann ich mir die gönnen. Ein Farmer, das brauche ich nicht, danke. Ich spiele lieber mit der blauen AR. Äh, zwischen den Häuser, okay, ich sehe es. Ja, und der? Einer, wie viele sind da? Ah, einer, okay, perfekt. Ja, der Bus kam hier aus der linken Seite. Dazu kommt noch, dass die Zone da ist. Also Greasy stelle ich mir jetzt gut vor. Let's go! Aber ich höre keine Schüsse. Ich vergesse die ganze Zeit, die Poster anzusprühen. Ja, ich hoffe. Ich sehe niemanden. Die muss aber jemand sein. Ein grauer Automat steht da. Feels bad, hat keiner gesehen. Ach, hier rechts im Supermarkt. Okay, hier ist noch eine Kiste. Ganz schnell öffnen. Hat sich gelohnt, ist es? Oh, hat sich sogar sehr gelohnt. Oh, yeah. Ich würde eigentlich warten, bis sie rauskommen. Okay. Im Supermarkt ein oder zwei? Ich habe nur einen gesehen. Ah, links von dir? Also außerhalb des Supermarkts? Okay. Und unten ist noch mehr. Und John Wick sind zwei. Er hat ein Jetpack, der obere. Ich habe einen. Der eine ist unten. Er ist ein, der ist im Supermarkt. Bei dir. Ich habe... What? Ich habe ihn getroffen. Alter, das war so sch... Ich finde das so schwer, die teilweise... Ah, ja, stimmt, stimmt. Du hast ihn gekillt. Nimm du das Jetpack. Du liebst es ja so sehr. Hast du Raketen? Ich habe Glück. Sechs, du. Jetzt fängt man meinen Grenade-Launch-Format. Ja, es fängt doch schon mal gut an, Alter. Die Hoffnung ist wieder da. Ich habe drei Mad-Kids, by the way, falls nötig. Äh, ich hole mir kurz den Stern. Okay, hole dir kurz den Stern. Ich laufe schon mal Richtung Fußabplatz, Richtung Norden. Nice, good job. Gut gemacht von dir, du hast dich schön abgeleckt von hinten. Ja, du hast die gut, wenn du einen Granatwerfer weggerollt. Ja, wieder meine Waffe, ne? Äh, alle sagen auch nur noch, Granatwerfer hast du übelst eine Loop-Waffe. Zu 80% stimme ich da auch zu. Ein bisschen predicten muss man schon, aber du haust da und einfach alles wegdeckt. Das ist schon heftig. Oh, hier genau, Norden, bei mir. Schießt einer mit dem Jagdgewehr. Bei Defektion? Ne, hier, äh, direkt unten am Berg. Einen genockt, der andere ist low. Äh, von links. Oh, der hat nur noch, der hat wirklich nur noch 10 Leben. Ist der da im Turm drin? Er ist im Turm. Ein Hit, komm schon. Oh, irgendwas, ah, von Nordosten versuchen die mich zu snipen. Im, im Wasser will der snipen. Nice. Okay, sehr schön, sehr schön. Da, Nordosten im Wasser haben die eine Base. Ich loot kurz den einen. Ah, guck mal, dahinter denen ist auch noch einer, ne? Siehst du den? Ja. Die bekriegen sie gerade schon. Ich hab denen da hinten zwei Hits gegeben. Ich würd gern denen im Wasser pushen, irgendwie. Wir sind schneller, glaub ich. Ja, wir können die gut abgestorben. Einer liegt. Der hintere. Ja, doch, müssen wir haben. Leider stirbt der wahrscheinlich im Wasser. Oh, ein paar Materialien hat's gekostet. Guck mal, was ich mache. Pass auf, der ist da. Komm hinter uns auch noch. Nicht schlecht gemacht. Hast du ihn getroffen, ne? Ja. Oder hab ich ihn noch getroffen? Von Südwesten Sniper-Shots. Ah, okay. Ich muss die hier noch ein bisschen looten. Irgendwo liegt da noch die Leiche im Wasser. Ah, hier ist der. Der hat noch ein bisschen Material oder so. Wo hast du gesagt, Südwesten? Ja. Da wo wir waren. Wo willst du hin? Die sind ja links beim Wasserfall. Ah, da soll ich sie. Da werden ja keine Sniper, weißt du. Ich auch nicht. Ich will doch erstmal in die Zone rein. Ah, doch hier. Der hat hier ein Ding. Oh, hier links. Ah, die haben mich erwischt, Alter. Ich bin mega am Sandwich. Beide einmal gehittet, aber jetzt haben mich die anderen. Das ist gar nicht gut. Fuck, ey. Die Zone kommt. Ich kann dir gerade nicht helfen. Die anderen kommen jetzt auf. Ich schweig mir jetzt jetzt hier. Ja, die sind alle tot, oder? Wo ist der bei dir? Draußen sind alle tot. Da ist noch alle. Unter dir, unter dir. Nein, nein. Der hat mich. Hier sind alle tot bei mir. Und der andere ist von der Zone gestorben. Ja, ich weiß nicht. Ich habe noch Verbände. Ich habe drei Mad Kids. Ich muss mich beeilen. Ich habe drei Mad Kids. Okay. Ich saß unter den drei Teams und habe mich versteckt. Ja, ich habe es gesehen. Ich konnte dich schon abstauen, weil die Zone die geforst hat. Ich habe dir schon mal Mad Kids hingelegt. Nice, Alter. Komm schon. Wir können es schaffen. Hast du alles am... Hast du Raketen? Ja. Hast du kleine Schäte? Nee. Schade, Herr. Aber mit dem Nordosten sind wir dabei. Die Kills hast du 614 Nordosten. Durchs Wasser ist echt gefährlich. Ich weiß, wie viel der Hallspace noch mal hier sind. Ach da. Das ist eigentlich gut. Links auch noch. Ah, die fighten nach hinten Norden. Aber fett. Das sind drei Teams. Ja, ja. Der hat drei Hits. Der ist am Baum da. Drei Hits hast du dich... Waaah? Junge, Junge, Junge. Er macht es. Puschen die uns? Ja. Die anderen kommen halt auch jetzt. Okay, der war alleine. Links bei dir ist ein John Wick. Ich hoffe, ich krieg den John Wick. Ah, sein Mates holt mich. Ich hab den Übel auch. Du musst gleich ein bisschen zurücklaufen, wenn du kannst. Er hat sich durch die Maul gebacken. Hab mich eingebaut. Ich bin so. Fuck! Ah, das war doof, auf die rechts zu gehen. Weil die Links haben doch schon richtig hart auf uns sind gegangen. Das sind doch keine Naps, ey. Die spielen doch vernünftig. Weil John Wick kommt auch gleich zu dir. Oh, Zone. Mal gucken, vielleicht schaffst du es noch, wir spektaten jetzt mal kurz Pfefferkorn in der Hoffnung, dass er das Game noch mitnehmen kann. Ah, hast du Bandagen? Er hat Bandagen! Er hat Bandagen! Hast du genug Bandagen? Sieben Stück noch. Dann würde ich noch eine nehmen, oder? Er will in die Zone, er macht's, oh mein Gott, er macht's nicht auch noch offen. Disrespect. Ach, warte, er holt seinen Maid, ne? Der hat's nicht schon weg. Aber wie sie, warum, hä? Sie wollen verzagen, Alter. Warum holen sie dich denn nicht, Alter? Ja, das waren die zwei Elitegegner, vielleicht hätten wir die ernster nehmen sollen. Die sind schon am Puschen gekommen. Aber das sind 16 Kills. Schade. Ah, 16 Kills ist at least etwas. Man kann ja auch nicht jede Runde gewinnen. Platzierung seines Teams, 3. Das kann sie auch. Bronze-Medaille, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen. Ähm, ja, gibt eigentlich nichts Großes, was ich mir jetzt sagen. Ähm, ich hoffe, ihr lasst noch einen Daumen nach oben da. Ich hoffe, ihr habt einen entspannten Tag. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!